Hallo, mein Name ist Paris-Jerik und ich bin Innendesigner bei Idealegno Lago Store Lützeburg. Wir sind seit 1993 zu Lützeburg und seit 2010, um uns entschieden, halbseitlich mit Lago zusammen zu schaffen. Kommt in die Kamera, weil es nicht geschafft ist. Lago ist ein prestiges italienisches Mibelsmarkt, die bekannt ist für Kreativität an einem modernen Design. Wir bieten Lesungen und Dekorationen für das Ganzenhaus, von Küchen, Putzimmer, Überliebungen und Schluftzimmer. Kommt auf die Sichtweise an einem von unseren Lago Store Lützeburg. Wir freuen uns. so Untertitelung des ZDF, 2020